Ich bin euer Lehrer, Deutschlehrer! Auf jeden Fall, die Kachpa mit den nixsten Tüten bitte einmal melden. Sie können eins von mir. Und die Kachpas, die in den letzten Heus sitzen, bitte einmal eure Handy übergeben, damit ich mich schon euren Eltern melden kann, falls ihr zu Kachpa seid. Ja, Leute, auf jeden Fall, es wird dem nix den Interest führen. Und ich hoffe, ihr hört mir alle zu. Wenn nicht, dann keine Ahnung, geht nach Hause. Ja, auf jeden Fall, wer von euch hat die heftigsten Yu-Gi-Oh-Kappen? Derjenige bitte einmal melden, weil das wird mein bester Freund. Auf jeden Fall, Leute, ein Tipp an euch, wenn ihr gute Noten haben wollt. Bei mir ist das so, die Jungs, die kriegt eh schlechte Noten, weil ich bin doch nicht schwul, Alter. Und die Kachpa, sie kriegt immer eins zusammen, wenn ihr nützt. Lützt einfach sein Höfnis zu mir. Und dann bekommt ihr eure einzelne...